Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Anime-Strohler. Hallo? Hallo? What? Die Giggeligal ist wieder hier am Start. Ich hab dir deine Anmoderation mitgenommen. Dieb. Oh. Schweinerei. So. Wir wollen heute einfach mal eine Hero Token Crate aufmachen. Was heißen wir? Wir wollen heute einfach mal eine Hero Token Crate aufmachen. Was heißen wir? Wir wollen auch noch Epic Stones öffnen. Das bedeutet, wir fangen jetzt einfach mal mit der Hero Token Crate an. Ja, also ich muss es ja irgendwann einfach mal machen, um euch zu zeigen, ob sich das Ding lohnt oder nicht. Ich hab's bis jetzt noch nicht gemacht. Weil ich bin eigentlich mehr auf die Super Epic Packs aus. Ich bin mal gespannt. Ich weiß es noch nicht, was hierbei rauskommt. Lass uns einfach mal gucken. Machen wir mal so ein Hero Token Crate auf. Dann schauen wir doch mal, was da passiert. Ich hab keine Ahnung. So. Ist das jetzt ein Witz oder was? Mehr kaufen. Ist das jetzt... Ist das jetzt deren fucking Angst? Das ist ein Arena-Kopf. Ist das jetzt... Das kann doch nicht wahr sein, oder? War da nicht irgendjemand gewesen, der da gesagt hat 50 Stück oder so? Ja, 50. Wieso hab ich jetzt nur plus 5 bekommen? Ja, weil das ist unterschiedlich. Wie ist es unterschiedlich? Ja, du kannst einen bekommen. A random amount of Hero Token is for random... Für plus 5?! Dafür hab ich jetzt 1000 verballert?! Plus 5?! Da muss ich jetzt aber auch ein Superbefehl. Beim Stewie? Nein! Das ist ein separates Video. Ich kotze grad! 1000 für 5 Stewie-Charakter-Marken! Scheiße! Ich muss jetzt nochmal 2 Stück aufmachen. Nein! Ich dreh am Rad, ey! Nicht Aufnahmen stoppen! Doch! Nein! So, ich mach jetzt hier... Das war jetzt hier... Also das lohnt sich total, das Hero-Token-Crate! Das lohnt sich sowas von! Macht alle Hero-Token-Crates nicht auf! Ich glaube, ja! So ein Scheiß! Ehrlich, was ist denn das schon wieder? Naja, gut, okay. Du musst aber auch mal so ein Hero-Token-Crate aufmachen. Als YouTuber bist du dazu verpflichtet, das auch mal zu machen. Scheiße! Na gut, alles gleich. Ich muss später wieder meine Beruhigungspillen nehmen. Ah! So! Kann das denn die Wahrheit sein? Ja, total! Also! Das war für diese Folge Anime-Clowdown! Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann lasst ein Like da! Und schreibt es mir in die Kommentare! Und bis zum nächsten Mal mit mir gleich! Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal! Macht's gut, bis dann und tschüss!